Mein Name ist Jörg Rindauer. Ich bin seit acht Jahren als Aktuar im Vorstand der Waldweggenossenschaft Zürich-Wittiken tätig. Als eingekirateter Waldbesitzer setze ich mich gerne für die Planung zum Erhalt von naturnahen Wäldern und natürlich auch von den Waldweg ein. Das soll auch unserer Nachwelt mal zu gut kommen. In unseren Körperschaften sind 117 Genossenschaften beteiligt. Alle stammen aus den angewiderten drei Holzkooperationen und dem Privatwaldverband. Die WWG kann also gut als Dachorganisation von diesen vier Körperschaften angeguckt werden. Das Gebiet, das wir aktiv bewirtschaften, umfasst 140 Hektar mit 16 Kilometer Waldweg. Die Grünstadt Zürich unterstützt uns teilweise materiell und auch finanziell. Die WWG ist das Aufsichtsorgan über alle Waldwege im Forstrevierteil und wir stellen den Unterhalt und die Sanierung sicher. Unsere Hauptaktivitäten, Befreiung vom Wegnetz von Herbstlaug, spezielle Arbeiten nach einem Sturm, zum Beispiel Lothar, Bewirtschaftung von den Wäldern nach dem FSC-Label, ein Holzerbankett, ein Christbremmer im Dezember. Den VLZ erachten wir als Koordinator und Sprachrohr gegenüber Politiker und der Öffentlichkeit. Das grüne Potenzial soll in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Nachhaltige Projekte sollen gemeinsam geplant und umgesetzt werden.